Leute ich muss mit euch sprechen es ist sehr sehr wichtig es wird sich etwas auf meinen Kanal verändern es betrifft auch die Zukunft hier auf diesem Kanal und ja was ich sage das viele von euch sind wahrscheinlich schon von zuhause wächst oder leben noch zuhause da weiß ich nicht bei mir würde ja auch bald der Fall sein ich werde ausziehen und das ist das heutige Thema ich werde ausziehen ich habe noch keine Wohnung gefunden ich bin gerade noch auf der Suche aber es wird in dem in dem Ortteil wo ich gerade wohne in der Nähe werde ich umziehen ähm ja wann und wie das genau alles abläuft das weiß ich noch nicht ähm fest steht ich will so schnell wie möglich einfach rausziehen weil mich einfach manche Sachen einfach nerven hier in der Familie ähm das kennt ihr wahrscheinlich selber auch und ja da bin ich lieber alleine da weiß ich da nerv ich keinen und hier nerv ich und da habe ich wirklich gesagt nee ich mache da einfach nicht mehr mit ähm ne ähm und deswegen mache ich heute auch ein bisschen dazu ein kleines Video um euch einfach auch einen neuesten Stand der Dinge zu bringen und eigentlich war meine Idee früher ähm ich arbeite dann noch ein Jahr in der Firma wo ich gerade arbeite oder zwei oder drei dann werde ich weiterhin so machen und dann nach ca. ein oder eineinhalb Jahre später werde ich dann ausziehen das würde dann mit 22 eineinhalb gewesen sein sollen so in der Zwischenzeit wäre man dann auch größter ich habe total viel viel weiter gekommen mit dem Filmprojekt ähm das das Team das hat plant auch ich ähm das wird dann auch ein bisschen schwierig wie ich das dann am besten alles umsetze und wie das alles mit Geldtechnischen ähm ähm Sachen genau wird dann ist das gerade alles noch ein bisschen in Schwierigkeit die ich die nächsten paar Wochen bewältigen muss ähm ja wenn ihr Tipp habt wenn man irgendwie aussieht dann schreibt es mir schreibt es mir sehr sehr gerne in die Kommentare oder auch jeder sozialen Medien Instagram Twitter Telegram was ich auch noch so anbiete ähm ja das war es dann erstmal von mir heute war einfach nur ne kleine Information für euch Ich werde ausziehen ich werde ausziehen ich werde ausziehen ich werde ausziehen noch dieses Jahr 2020 aber wann der genau wird ich habe selber keine Ahnung und wiederall genau mit meiner Ausbildung beeinträchtigt habe ich keine Ahnung aber ich bin daran einfach schon in der Planung Phase ähm ich schaue mir auch immer mal wieder so wohnungen an aber bisher war noch keine richtige stande aber ich werde mich auch die nächste zeit nicht da weiter anders schieren schauen welche wohnung würde gut zu mir passen gut zu euch zum filmen und damit werde ich noch einen schönen tag tsch tsch